Obwohl, eigentlich müsstet ihr ja erstmal bewerten, ja. Nicht, dass ihr einen Hunderter wegschmeißt. Das müssen wir in einem Video machen, einen Hunderter wegschmeißen, nicht so. Dodo Fritzl Blitz, äh, Blitz, ist hier also nicht mit drin. Können wir also trotzdem gedroht wegwerfen. Wir werfen sogar mal 12 weg, dass das besser aussieht. Dann ist das jetzt nämlich auch voll. Aber vielleicht wäre das für manche interessant, da das Iridium mitzunehmen. Hier nehmen wir so lange das Glücksei mit, wir nehmen das, die 100 Bälle mit, wir nehmen das Sternstück mit, wir nehmen das Raidpass mit. Und jetzt müssten wir theoretisch ein garantiertes Shiny Voldoball bekommen. Ach, Voldoball, ein Shiny Teddy Ursa bekommen. Da ist es auch. Shiny, oh mein Gott, guckt ihr das an, genau, so ungefähr. Ähm, könnt ihr mal eintüten. Blutsport, Blutsport, ab heute begehr ich Rufmord. Eins, drei, drei. Hannes, der Dicke füttert 5 Euro an Adi. Moin Ramon, ich grüße dich Sandra und Adi. Lächelndes Katzengesicht, lächelndes Katzengesicht. Dankeschön Hannes, der Hannes, der Kannes. Das Gute ist, weil der aus der Quest ist, kann der jetzt eine richtig gute Bewertung haben. Hat er aber nicht. Bis zum nächsten Mal. S Oscar. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.